Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie, das ist genau wie Lasagne, nur halt eben in Röllchen. Wir machen Cannelloni und zwar mit Spinatfüllung und Käse und Frischkäse, Tomatensauce und allem was dazu gehört und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Ja die Kategorie war schon ein bisschen treffend, denn wenn du irgendjemandem erklären sollst was denn Cannelloni sind, ich sag dann wirklich, das ist wie Lasagne, nur halt eben in Röllchen und das ganze Zeug kommt halt eben nicht zwischen diese Lasagneplatten, sondern halt hier eben in diese Cannelloni-Röhrchen rein. Ist eine ganz witzige Sache, schmeckt auch mir besonders gut dieses Spinatrezept. Ich habe das auch schon zu Hause gemacht und deswegen zeige ich euch jetzt wie das funktioniert. Ich habe drei getrocknete Tomaten, die kommen in unseren Kessel und das ganze wird jetzt 5 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Als nächstes geben wir eine Zwiebel, die ich bereits halbiert habe sowie eine gute große Knoblauchzehe in den Kessel und Tomaten da machen wir ein bisschen nach unten, wobei müssen wir eh gleich noch mal, also für die die Katze das ganze jetzt wieder 5 Sekunden auf Stufe 5. Jetzt müssen wir das mit dem Spatel nach unten machen und geben noch 30 Gramm Olivenöl hinzu. Wir dünsten unsere Zwiebeln und unsere getrockneten Tomaten 3 Minuten auf 120 Grad Stufe 1 bis gleich. Weiter geht's mit der Soße für unsere Cannelloni. 400 Gramm Tomaten, stückig, geben wir in den Kessel hinein. Muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht verkleckere, sonst muss ich jedes Mal ein neues T-Shirt anziehen. Das mache ich eh, aber das ist mein Lieblings T-Shirt. Dann haben wir 250 Milliliter Kochsahne. Ich könnte das jetzt googeln, aber ich will hier irgendwie fertig werden und euch auch nicht mit meiner Googlelei und meinem Nachschauen nerven. Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, was ist der Unterschied zwischen Schlagsahne und Kochsahne? Ernsthaft, wisst ihr das oder müsst ihr nachschauen? Natürlich muss noch Salz dran. Ein halber Teelöffel genügt in diesem Falle und auch Pfeffer. Davon ebenfalls etwa ein halber Teelöffel. Eine Prise Zucker kommt noch hinzu und das ganze kochen wir jetzt 5 Minuten auf Stufe 1 und kochen ist immer 100 Grad. Bis gleich. Die Soße für die Cannelloni ist fertig. So gut wie wird jetzt aus dem Kessel in eine Schüssel gefüllt. 800 Gramm aufgetauten Tiefkühlspinat und zwar der blättrige, also nicht der mit dem Blub, kommen wir in den Kessel. Dann haben wir 300 Gramm Frischkäse und einen Esslöffel Crème fraîche. Die kommen ebenfalls hier hinein. Eine Prise Muskat. Muskat ist ja auch so ein Gewürz, das an so viele Sachen dran kann. Und man schmeckt das auch immer irgendwie raus und es gibt Dinge wo ich einfach oft denke, oh da könnte ein bisschen Muskat dran. Ich weiß nicht wie euch das geht, aber ich finde Muskat toll. 1 Teelöffel Oregano und 1 Teelöffel Basilikum. Das hier sind Pinienkerne, davon kommen 50 Gramm ebenfalls in den Kessel und wir mischen das Ganze jetzt 25 Sekunden auf Stufe 4. Spinatmasse muss jetzt hier in die Cannelloni rein. In der Theorie macht man das mit einem Spritzbeutel. Praktisch sieht es allerdings so aus, dass wir eben festgestellt haben, verdammt wir haben gar keinen Spritzbeutel. Also müssen wir jetzt improvisieren und zwar habe ich mir einen Gefrierbeutel genommen und habe eine Ecke abgeschnitten. Da fülle ich jetzt diese Spinatmasse ein, natürlich nicht alles und das erfüllt nahezu den gleichen Zweck wie ein Spritzbeutel. Oh ich hoffe nur das Loch ist nicht so groß, aber auch mit dem Spritzbeutel gibt es immer Sauerei. Ganz ehrlich, das ist eine riesen Sauerei, aber ich hoffe es lohnt sich und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit dem Spritzbeutel weniger Sauerei ist. Weiter geht's mit unserem Rezept. Das ist übrigens muss ich dazu sagen eine komplette Packung Cannelloni. Also etwa 20 Stück oder so sind das oder 23, keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Ich zähle jetzt auch nicht durch. Ich gebe jetzt die Soße über die Cannelloni und natürlich muss hier noch Käse drauf. Ihr könnt jetzt geriebenen aus der Packung nehmen. Ich habe jetzt für euch 150 Gramm Gouda. Die schmeiße ich jetzt 5 Sekunden in Stufe 4 in den Kessel. Das streuen wir jetzt einfach hier drüber und dann kommt das Ganze in den Backofen. Den habe ich bereits vorgeheizt auf Umluft und zwar 180 Grad. Bestreut und backfertig und zwar für 15 Minuten wie gesagt 180 Grad um Luft. Wir sehen uns gleich. 15 Minuten sind um und die Zeit kommt mir doch etwas knapp bemessen vor. Aber ich schaue jetzt mal nach. Probieren geht über studieren. Ich sage mal so viel zum gar werden war da ja jetzt nicht mehr so. Also außer jetzt den Nudeln. Ich wage zu bezweifeln, dass die durch sind. Aber also so wie ich jetzt, wenn ich jetzt hier so reinsteche, dann sind die durch. Da mache ich mir jetzt was auf den Teller von. Dann probiere ich und dann wird gegessen. Bis gleich. Cannelloni wie gesagt ist wie Lasagne nur rund und man muss es stopfen. Das hat etwas gedauert war aber die Meisterarbeit. Der Rest war ja relativ einfach. Jetzt muss man natürlich auch schauen ob sich der Aufwand gelohnt hat. Wie gesagt ich habe schon mal reingestochen, habe gesehen die sind durch. Also der Italiener würde sagen die Pasta ist al dente. Aber wie schmeckt die Füllung? Wie schmeckt die Gesamtkomposition? Wie schmecken die Spinat Cannelloni? Und ich muss sagen überraschend gut. Frischkäse, Spinat passt ja sowieso wunderbar zusammen. Das Ganze abgerundet mit Tomatensoße, Käse oben drauf, Nudeln. Leute was will man mehr? Wie gesagt ein bisschen Arbeit ist es, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Ich hoffe auch eurer Meinung. Wenn ihr das nachkocht und es euch geschmeckt hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Vor allem aber auch wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert gerne was ihr so im Thermomix macht. Habt ihr schon mal Cannelloni gekocht? Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann den Kanal abonnieren. Denn nur hier gibt es jede Woche die besten Rezepte aus dem Thermomix. Ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss und guten Appetit!